So, der Schilling meldet sich durch die Welt von Shakes and Fidget. Wieder mit einigen Dingen mal schauen, wie viele ich davon heute vergessen werde. Ja, Halloween ist jetzt offiziell vorbei. Es gibt keine Halloween-Epics mehr. Zauberwaffenladen, Dungeon, Turm, wo gab es die noch? Überall Taverne vielleicht sogar. Da muss ich auch noch was berichten heute. Aber, ja, so sieht's aus. Stufe 3, 2, 1 nach dem XP-Event am Wochenende. Das war zu Halloween. Ein Trank ist hier leider ausgelaufen. Mal schauen. Heute oder am Wochenende müsste rein theoretisch Epic-Event sein. Vielleicht blättere ich dort. Wäre ein bisschen besser. Ja, beziehungsweise für den Dämon. Mal schauen. Wenn, dann mach ich's am Ende. Dann, Server 17 mit meinem Krieger. Es gab ja zu Halloween auch eine Pilz-Dealer-Aktion. Und, ich hab's gesagt, ich habe hier aufgeladen. 1.724 Pilze hab ich jetzt. Jetzt werde ich noch in nächster Zeit so mit kostenlosen Versuchen mein SA vorantreiben. Dann natürlich bei dem Epic-Event schön die Tränke erblättern. Und nebenbei natürlich Epics mitnehmen. Und außerdem, apropos Epic hier. Das ist doch neu. Was ist denn da los? Die VIP-Kette, die ich mal überblättert habe. Das ist der passende Screen dazu. Hab ich gefunden. Bei einer Special-Quest sogar. Stoff oder Zoff. Ein Epic einfach mit dabei. Und das war sogar, ja, eine gute Quest. Obwohl ein Item dabei war. Also sehr, sehr fein, kann man sagen. Und natürlich, nein, das war der falsche Server, genau. Und natürlich dann auch so ab Stufe 2.75 möchte ich einige Dungeons kloppen. Natürlich auch den Turm weitermachen. Dass der so Richtung 300 kommt. Dass ich auch mal einen 300er Krieger habe. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Genau. So, deshalb auch jetzt hier immer mehr Alu. Und ich habe sowieso jetzt schon länger immer den 25-Pilz-Drachen hier. Genau. Das heißt, der Server ist es geworden und nicht Server 20. Aber hier spiele ich trotzdem immer weiter so viel eben pro Tag geht. Jo, genau. Dann noch, wenn ich schon hier bin. Server 20. Ich habe es schon seit XY-Videos vergessen zu erwähnen. Hier haben einige gemeint, warum ist mein Goldrahmen weg? Warum habe ich den jetzt hier nicht mehr? Und andere wiederum wussten nicht mal, dass ich den gar nicht gekauft habe. Ich habe den nicht gekauft. Den kann man, wenn man 1000 Pilze hat. So, zum Beispiel hier. Optionen. Geht nicht. Aber, wenn ich, sagen wir mal, hier, wo ich 1000 Pilze habe, in die Optionen gehe, dann gibt es hier den Rundum-Sinnlos-Button. Wenn man hier drauf drückt, das kostet 1000 Pilze. Und dann hat man, ich weiß nicht, wer das haben könnte. Dann hat man auf jeden Fall hier so einen Goldrahmen. Und der macht, so wie der Name schon sagt, nichts. Er ist einfach nur rundum sinnlos. Man hat es schon 100 Mal in meinen Videos gesehen, diesen Rahmen. Aber jetzt die Story auf S20. Es gab früher, hier, so sieht man dann zum Beispiel aus. Wenn man irgendwie, sagen wir mal, beim Hütchenspieler 25.000 Pilze gewonnen hat, dann gibt man eben 1000 dafür aus. Wenn man denn möchte. Yo. Und die Story war so. Damals gab es noch einen Chatbefehl. Der war wohl nur zum Testen oder keine Ahnung, wofür. Der hieß irgendwie so. Ich mache mal in der Zwischenzeit alle Dämonenportale durch, der Reihe nach. So, der hieß. Ah, Moment, nein. Hier warte ich noch. Vielleicht suche ich ja den Trank noch. Bam, ba, dam. Schrägstrich im Gilden-Chat. Mh. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Irgendwas mit. Da gab es was, dass alle einen Goldrahmen haben, dass niemand einen Goldrahmen hat. Das heißt, man konnte sogar ausstellen, dass man andere Leute nicht sieht, obwohl sie ihn gekauft haben. Und dann eben, ja, dass man selbst auch einen Goldrahmen hat. Aber das sieht man alles nur als Spieler selbst. Das heißt, wer mich inspiziert hat, also wer auf Server 20 war und mein Profil angesehen hat, der hat natürlich den Goldrahmen nicht gesehen. Das war einfach nur lokal. Wurde dann die Flash-Datei so umgeändert oder wie auch immer, dass der Goldrahmen dann dort platziert wurde bei mir, ohne dass ich ihn gekauft habe. Ja, genau. Und der Chatbefehl, weil sich das dann auch ein bisschen so über Videos rumgesprochen hat, der wurde dann entfernt. Das heißt, das konnte man dann nicht mehr machen. Aber man konnte das auch nicht mehr zurücksetzen, dass man den Goldrahmen wegmacht. Also es gab einen Chatbefehl eben, um alle zu deaktivieren und um alle zu aktivieren, für jeden Spieler. Und das ging aber nicht mehr weg. Der Befehl wurde dann entfernt und ich konnte es nicht mehr deaktivieren. Und jetzt kam eben irgendwann vor ein paar Wochen ein Update und da musste sich jeder neu einloggen sogar und so weiter und so fort. Und da wurde wohl auch alles zurückgesetzt. Oder war es vielleicht bei mir wegen einem Browser-Update bei Firefox? Nö, aber ich glaube eher, das lag am Server. Das wurde eben zurückgesetzt. Irgendwas. Und deshalb habe ich den jetzt nicht mehr. Also ich sehe ihn nicht mehr. Ich hatte ihn noch nie. Und werde mir auch nie einen goldenen Rahmen kaufen. Ich meine nichts gegen Leute, die ihn gekauft haben. Wer zu viel Geld slash Pilze hat, soll es nur machen. Unterstützt ja immerhin das Spiel, dass vielleicht mehr Updates kommen können. Aber wenn ich tausend Pilze zu viel habe, dann würde ich die eher noch irgendwo sinnlos verblättern oder tausend Dungeon-Versuche machen oder was auch immer. Ja. Genau. So viel die Story dazu. Also, nö, ich kann alle beruhigen. Ich habe mir den nicht gekauft. Der ist weg. Hier sieht man auch. Ansonsten wäre er jetzt nicht mehr weg. Das könnte ich nicht machen. Genau. Das war es auch schon. Das war es auch schon. Ich weiß noch, wo ich dann wieder, wo ich es nicht erwähnt habe oder vergessen zu erwähnen, dass ich das durch den Chatbefehl habe beziehungsweise ich wollte es eben genau aus dem Grund nicht so an die große Glocke hängen, weil ich dann wusste, okay, dann macht es jeder und irgendwann wird das entfernt. So kam es dann auch im Endeffekt. Und habe das eben nicht erwähnt. Und wow, was da dann teilweise nicht, nicht in der Überzahl, aber vereinzelt für Flame kommt. Schilling, bist du Typ? Und dann kann man einige Wörter einfügen. Du kaufst dir für tausend Pilze den Rahmen und so. Und das sind eben die Leute, die vorher schreiben und dann erst denken beziehungsweise fragen, was ist denn da los? Ja, aber das kennt man schön langsam im Internet. Das läuft eben so. Da gibt es normalerweise so eine Umleitung. Zuerst denken, dann schreiben, aber oftmals wird direkt in die Tastatur gekloppt. Was das Zeug hält. Gut, genau. So, das heißt hier, 17 Pilze sieht es nicht so rosig aus. Aber hier wird es demnächst auf jeden Fall vorangehen. Da freue ich mich schon sehr auf den Krieger. Genau. Der braucht da noch immer ein Item mehr, aber... So, das muss ich jetzt auch erwähnen. Das habe ich auch vergessen. Das wollte ich nämlich beim letzten Mal oder so. Es wird Tats... Boah, das war mal knapp. Ich habe die fettesten Tränke. Ich habe schöne Epics. Ja, gut. So, es wird Oster- und Weihnachts-Epics geben. Zumindest gibt es Bilder davon im Forum, die ich jetzt noch nicht einblenden werde, wenn dann erst zu Weihnachten bzw. Ostern. Ich will jetzt niemanden spoilern. Ja. Oh, was ist denn da los? Was ist denn los mit euch? Spitze. Ja, das nenne ich mal eine feine Angelegenheit. So, das nenne ich mal... Moment, ach so. Habe ich vergessen umzurüsten. Das nenne ich mal eine sehr feine Angelegenheit. Ist zwar noch nicht Epic Event, aber... Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sehr schön. Verzaubern muss ich nicht. Da wird es aber heute irgendwann so... Kurz vor Mitternacht eine neue Schriftrolle geben. Denn hier brodelt es mal wieder gewaltig. Genau. Bin schon gespannt, was diesmal rauskommt. Es fehlt hier noch der Hut. Dann die Schuhe, die ich gerne hätte. Waffe gibt es. Hier für Kampfgold, glaube ich. Aber naja, Ring fehlt noch. Und das war's. Ich hätte echt gerne die Schuhe. Dann bin ich schneller fertig mit der Alu auf dem Server. Aber... Jo. So. Bam, badam. Dann. Das war wegen Halloween. Da hatte ich ja diese ganzen Specials. Da habe ich nicht aufgenommen. Aber der vorherige Gegner war dann an irgendeinem Tag auf 58% und ist einfach in einem Versuch gestorben. Das fand ich so richtig krass. Ich weiß nicht, was da passiert ist. 58% auf einmal. Mal. In einem Versuch. Das war... Ja. Da hätte ich gerne aufgenommen. Dann hätte ich auch meine Webcam nicht umgeschmissen. So in etwa. Aber Ritualistin. Oder Ritualist. Wie auch immer. M oder W. Wohl M. Kundschafter. Bräuchte ich ein bisschen mehr Geschick. Da sind nicht so viele Prozente drin. Ja, doch. War in Ordnung. 66% für heute. Dann. Im Turm. Da werde ich jetzt auch wieder wohl in den nächsten Tagen so immer die kostenlosen Versuche da raushauen. Jo. Einfach beim ersten Mal. Den habe ich doch im Video mit Pilzen versucht und der ist nicht gefallen. Und jetzt. Okay. Gut. Ja, schön. Sehr schön sogar. Dann sehe ich mir den auch nochmal kurz an. Etage. 44 Verspielter. Narr. Kundschafter. Wenn das so weiter geht. Der... Ah. Naja. Daut noch ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht so die großen Pilze da raushauen. Düse der Panty Raider. Ich möchte immer Party sagen, weil ich das... Ah. Egal. Nicht dran denken. Und hier noch so drei Level-Ups in etwa. Dann möchte ich den nächsten wegpilzen. Den Kollegen hier. Genau. Und wenn ich schon auf Server 33 bin, das muss ich natürlich auch erwähnen. So für die Server-Statistik oder den Verlauf. Man sieht jetzt hier in der Rangliste unsere Gilde und dann The North Wind 2. Sanctuary auch ein paar Mal vertreten, aber es gab jetzt wohl eine Gildenfusion zwischen Eliminate und The North Wind 2. Und die vom Level her höchsten sind eher hier. Und die vom Level her höchsten sind eher hier. Und keine Ahnung. Die Gilde ist auch jetzt voll geworden. Mit 31 Raids. Wir haben... Ach so, verdammt. Den konnte ich auch nicht zeigen. Wir haben den 36. Raid geschafft. Genau. Das war aber alles eben wegen Halloween. Da hatte ich schon andere Videos am Start. Jo. Das heißt, ich... Hab's mir noch nicht so genau angesehen, welche Leute jetzt hier sind. Aber das ist auf jeden Fall eine Gildenfusion. Ist eine feine Sache. Jetzt sind die... Ich komm zumindest beim Gildenkampf mal wieder dran. Genau. Das heißt, da könnte es noch spannend werden. Freut mich auf jeden Fall. Und dann kann ich auch häufiger Kämpfe oder was auch immer herzeigen. Jo. Das war der Server. Und jetzt noch vielleicht ein paar Mal. Je nachdem, wie lange es dauert. Aber rein theoretisch möchte ich das eher machen, wenn... Ein Event ist. Ein Epic Event. So. Jawohl. Sehr schön. Und dann kann ich hier auch den... Dämonenportalgegner machen. So. Passt. Genau. Gold habe ich schon ziemlich viel. Da kann ich wieder was ausgeben. Ein bisschen auf Intelligenz. Alles auf Int. 2, 3, 4. So. Den Rest, man weiß ja nie, was für Epics mir über den Weg laufen. 34%. Au. 20%. Na, aber ohne Trank wäre das noch mieser geworden. Hätte ich vielleicht zwei Heats weniger auszahlen können oder so. Genau. Passt auf jeden Fall. Rang 75. Hier wird es bald weitergehen. Server 17. Bisschen was mit dem Krieger. Und das war's dann auch schon, denke ich. Genau. Genau, genau, genau. Das reicht für heute. Und dann die volle Stadtwache. Und dann nochmal 10 Stunden. Das ging heute ziemlich schnell. Da holt er... Hoffe ich auch bald wieder mit der Stadtwache auf. Und dann würde ich sagen, geht es einfach beim nächsten Mal weiter. Shakespeare. 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 Okay.